Der Lockdown wird verlängert bis zum 24. Es gibt keinen Freitesten. Ich habe es gehört im Radio. Wie ich das finde, das ist nicht gut. Was machen die Leute? Und das schädigt auch die Wirtschaft. Das ist nicht gut. Ich finde es ganz schlecht. Alles. Das ist Katastrophe mit dieser Corona. Das ist ein Wahnsinn. Für alle. Mich stört es nicht von mir raus. Mich stört es persönlich nicht. Ich habe mich einiges gespart, wenn ich weggehen kann. Aber schlecht ist trotzdem, es muss ein Ende sein. Hätten Sie sich testen lassen? Ich lasse mich nicht testen. Weil die Bestätigung nicht lange dauert. Und impfen lasse ich mich schon. Dann hat man mehr Sicherheit. Hätten Sie sich testen lassen? Ja, schon. Wenn man muss. Warum nicht? Ich habe es geschafft. Weil ich es Когдаatens sind Glob.